Halliloh netzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer Ausgabe, ihr seht es schon, Wheelspin steht an in der Auktionshaus Edition, das heißt wir nutzen unsere gedrehten Spins um ein bisschen im Auktionshaus zu stöbern. Mit dabei heute haben wir Andy, Timix, Crapper, Filmexperte, Sturmgolf, Stifler, Supernoob, Crusader, der Lolol, Planlos hoch 3, mein Gott, und Schöni, grüßt euch alle. Ja, die Fahrzeuge, die wir hier sehen, ist eine bunte Mischung, könnte gleich wieder passieren, wir schauen einfach mal, wir drehen ganz normal nur drei normale Spins, wie immer bei den Regeln ist es so, dass Spins unter 10.000 entsprechend auf 10.000 aufgerundet werden und ansonsten im Regelwerk, welches in der Videobeschreibung zu finden ist, wird auch noch mal anderes sonst erklärt und man kann tatsächlich über 1.000 Spins haben, sehe ich gerade zum ersten Mal, ich dachte nämlich immer, dass bei 999 Schluss ist, aber sieh an, dann weiß man das auch schon mal, so müssen wir die erstmal hier notieren. Erst mal Autos verkaufen. Natürlich. Ups, ja, egal. Hast du mein Leben? Nee, 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 du willst mich doch verarschen. Ja, Millionen, manchmal. Natürlich, und jetzt, ach Gott. Ein Wagen nach dem anderen. Oh, Mann, war das ehrlich. Ich auch gerade, zum Glück ist es das Auktionshaus. Wobei, oh, zum Glück ist es nicht. Die Autos sind jetzt nicht so viel wert, stelle ich gerade fest. Ähm, ich habe die Tabelle gerade nicht in meinem Kopf. Oh, Gott. Es ist im Regelnwerk verlinkt. Alter. Ich weiß. Pick ich überhaupt für den Preis einen Wagen im Auktionshaus. Ach, nee, ach, nee. Ach, nö. Wait, du wurdest abgelöst. Nee, das glaube ich nicht. Ähm, du hast ja nicht was ich für eine grüne Welle wieder, auf welcher grünen Welle ich wieder surfe hier. Ja, definitiv. Okay, hau rein später. So, ich hoffe, ich habe mir das berechnet. Ja, Gott. Äh, aber normalerweise müsste das passen. Ja. Ja, doch, ich glaube, das passt bei mir. Sehr schön. Ähm, gut, dann hau ich schon mal ab. Ja. Äh, ins Festival. Ich habe gehört, im Festival gibt es die, die besseren, ähm, das bessere, bessere Angebote. Wobei ich lustigerweise, äh, gerade sehe, Andi hat die Idee gehabt, er verlässt einfach komplett die Lobby und hofft, dass er bessere Angebote bekommt. Na, mal was schauen, ob das so ist. Ähm, ja, seid ihr ready? Dann würde ich gerade sagen, wir fangen an. Wir haben zehn Minuten Zeit, also eigentlich mehr als genug Zeit, sich ein Fahrzeug aus dem Auktionshaus, äh, zu, äh, ja, suchen. Da auch der Hinweis, wenn man das Auto gezogen hat, das Tuning-Design, egal was, wie es ist, man kauft so, wie es ist. Natürlich darf man mal eine Probefahrt machen, aber man darf halt nichts am Fahrzeug verändern oder neu aufbauen oder sonst was. Ähm, man hat halt das gegebene Geld. Man kann natürlich auch für deutlich weniger ein Auto kaufen, aber, ja, das passt eigentlich soweit. Gut, dann, ähm, ja, würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß und die zehn Minuten laufen ab jetzt. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. So. Ich kotze im Strahl. Was war nochmal Gold? Die Hälfte des, die Hälfte des Wertes darf ich nehmen beim Fahrzeug, oder? Gold war 100.000. Ja. Wenn du vor Verkaufst beim Willis bin, ist das sofort die Hälfte des Wertes. Oh, wow. Ähm, ich kann meinen Preis nicht eingeben. Wie jetzt? Rechne es doch im Kopf. Ja, äh, äh, von den zehntausenden Schritten wird's auf hunderttausend. War halt das... Ja. Bleiben die halt weg, die paar. Die paar. Äh, warte mal, ich geb noch ne Klasse ein. Aber immerhin lässt sich mit dem, was ich habe, arbeiten. Oh. Hm. Und wagen soll man da nehmen. Uiuiui. Das sind alles Extreme-Directors. Was ist falsch gerade? Äh, ist ein Bug, Bea Simono, ein Extreme-Directors? Ja. Fuck. Glaub ich packe mir sofort drei Stück und teste einfach drei. Timo, was ist mit der Dodge Wipe? Ist die auch, äh, Dings? Alles Check. Bug doch einfach. Nein, mein Forsa hat sich aufgehangen. Die Hälfte des Wertes vom Fahrzeug, richtig? Ja. Ja, ja. Oh, das wird echt... Oh, das wird echt... Ah, jettet. So. Jetzt wird getestet. Ah, schnell kaufen, bevor sie, eine von euch, kauft. Läuft. Kaufen, Alter. Kaufen, Alter. Ich hab nur 15.000 mehr als Minimum. 15.000 mehr als Minimum. Da hast du mehr als ich, aber... Besseres gefunden. Ah. Nimm mal die Zeit im Blick. Indigerweise. Nee. Oh Gott, das wird jetzt witzig. Drift hat damit keinen Blödsinn gemacht. Praktisch davorseitig. Oh nein! Da ist ein Driftbar weg drin. Deswegen mach ich jetzt schnell die Testfahrt. Ähm, ein Lotus-CDs wär erlaubt, oder? Glaub ich nicht. Least GT1 ist, glaub ich, Track Toil oder Extreme Track Toil. Jetzt musst du so mal schauen. Normales Track Toil. Oh, ich hab... Auf... Glaub ich. Ich bin nett. Oh, ich auch nicht. Oh nein! Scheiße, der war's hier. Oh nein! Oh nein! Das Ding ist so tief, wenn wir's aufrollfahren. Ich bin so hammer auf. Ich auch. Fuck. Oh nein! Aber so geht er eigentlich ganz gut. Ich hab nur bei 3.80 Schluss. 3.80? Ihr redet von 3.80. Halt einfach. Halt einfach zu. Aber ich häng voll um Grenzerland. Dann stell ich mich mal wieder zum Flugplatz. Platz. So, da stehen sie nun, bzw. rollen da noch... gerade hin, bzw. jetzt muss ich gleich der Arsch wieder sein. Stiffler. Bist du sicher, dass das kein Extreme Track Toil ist? Ich glaube, ich hab mich verguckt. Ja, ich glaub auch. Egal, wir fangen einfach mal an. Wir fangen mal bei Crapper an. Der kann... Ja, ich mein, viel könnt ihr eh nicht sagen. Ihr könnt ja nur kurz sagen, was habt ihr so in der Summe gezogen? Und warum und wieso das Auto? Wahrscheinlich hat man eh nicht viel Auswahl gehabt. So wie bei mir zum Beispiel. Aber egal. Crapper, schieß einfach mal los. Ja, also ich hatte 35.000, was nicht grad viel war. Und hab mir dann für 20.000 diesen TTS geholt. Und ich hoffe mal, der ist gut. Ich glaub, der hat ein Drift-Fahrwerk drin. Was nicht gerade gut ist. Vielleicht driften wir heute. Wer weiß es nicht? Ach. Drift-Veranstaltung. Gucken wir mal. Dann, Andi. Ich hatte 90.000, hab mir die Corvette geholt, weil ich der Meinung war, dass der Sturz hinhaut, dass das ein Rennfahrwerk ist und kein Drift-Fahrwerk. Naja. Ja, leider seh ich nichts. Aber ich will das auch nochmal klarstellen. Und zwar, manche meinen, dass man ein Drift-Fahrwerk auch wirklich für gute, performante Fahrzeuge verwenden kann, weil man halt die Möglichkeit hat, ein bisschen mehr Lenkwinkel zu nutzen und so weiter. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist völliger Bullshit. Macht es bitte nicht. Jeder, der so ein bisschen Feingespür hat für Autoaufbauen oder Tunings, nutzt, wenn ihr wirklich einen Performance-Aufbau wollt oder ein Fahrzeug, was halt wirklich gut auf dem Asphalt rennen fährt, nutzt bitte ein Rennfahrwerk. Dieser mehr Lenkwinkel, der bringt euch gar nichts, weil das Fahrwerk an sich einfach nicht gut ist. Ja, deswegen ist Andi jetzt auch nie so glücklich drüber. Wenn es für euch funktioniert, okay, aber ihr könnt mir da schon glauben, dass das nicht unbedingt die beste Methode ist, um da irgendwie mehr rauszukitzeln. Eher im Gegenteil. Egal. Machen wir weiter. Und zwar bei Andi. Ich habe 45.000 gezogen. Ich hatte die Auswahl zwischen Stock oder einem Drift-Golf und dem schönen Audi Quattro hier. Kleiner Wackelkopf, aber nahes Stock, aber tatsächlich ist ein bisschen was dran gemacht worden. Ja, und wenn du Glück hast, fahren wir gleich im Winter. Dann bist du schon mal mit dem Design auf jeden Fall optisch... Ne? Good boy. Genau. So, dann aber Crusader. Ja, also ich hatte knapp 280.000. Ich habe mir jetzt hier für knapp 200.000 hier den Lotus GT1 geholt. Wie ich jetzt schon eben ausprobiert habe, war das echt die genialste Kurvenlage, die ich je gesehen habe. Ich bin erstmal geradeaus irgendwo durch die Kurve geschossen. Geil. Und irgendjemand hat gerade auf Sturm gestellt. War das entweder Sturmgolf? Ja, ich hatte... Was für eine Überleitung, ey. Perfekt. Sturm auf die grüne Wiese, weil ich hatte dreimal grün. Trotz Porsche und trotz Nissan. Da waren insgesamt 40.000 drin. Und ich habe mich dann für diesen scheinbaren Offroad-Bild entschieden. Damit ich ganz sicher kein Driftfahrwerk drin habe. Und mal schauen, was der so bringt. Ja, vielleicht hast du ja auch Glück, dass du entsprechend auch Offroad fährst. Ja, dann kurz zu mir. Mats war bei mir in der Aufnahme gesehen. Ich hatte in der Summe knapp 190.000. Hatte zwei Autos, halber Preis etc. pp. Komm, hat ein bisschen was zusammen. Ja, ich hatte die Auswahl zwischen, glaube ich, 20 BAC, einer Viper und... Was war es noch? Es war noch mal irgendwas. Ich glaube, ein Donker Ford oder sowas. Ich habe mich dann einfach mal... Ich bin tatsächlich... Das ist eigentlich total stupide und vielleicht auch dumm. Ich habe einfach geguckt, welcher Tuner den höchsten Rang hat und habe gehofft. Da wird vielleicht auch was dahinter sein. Ja, ob es was bringt, weiß ich nicht. Also bei der Probefahrt war es auch eher mehr gerade ausschießen. Ich weiß noch nicht mal, ob da im Feintuning wirklich was dran verändert wurde. Ist egal. Wir werden es rausfinden. Wenn es Offroad geht, habe ich sowieso verkackt mit dem kleinen, tiefgelegten Teil. Aber ist auch egal. Ja, machen wir weiter mit Superloop, bitte. Und ja, irgendeiner atmet... Ich weiß nicht, vielleicht bist du sogar wirklich Sturmgolf. Ein bisschen krass ins Mikro, vielleicht ein bisschen ins Mikro wegmachen. Weil das nervt, glaube ich, in der Aufnahme ein bisschen. Also ich habe eine Goldene Leggings gezogen. 2.000 und 5.000. Hatte im Endeffekt 120.000. Damals im Aktionhaus. Aber maximal dann 200.000 oder 110.000 eingeben kann. Dann habe ich zig Bug-Monos gekriegt und so weiter. Und dann habe ich erst mal nachgeguckt, ob die Viper ein Extreme-Trick-Troy ist. War sie nicht. Also habe ich sie gekauft. Auch mit Drittfahrwerk. Ja. Geil. Zumal, ich glaube, Andi wollte die auch, ne? Ja. Mit der Hoffnung, dass da kein Drittfahrwerk hätte das trotzdem gehabt. Ja. Ja. Also, man merkt sich... Ja gut, dass jetzt eine Viper ACR eine bessere Grundbasis ist als eine C4. Ja, das stimmt. Eine C5, Entschuldigung. Ja. Aber hey, du hast einen Forza-Flügel. Überleg mal, was das alleine schon Anpressdruck bringt. Das ist ja unmenschlich. Ja. Davon profitiert nämlich jetzt auch der Lolol von diesem unmenschlichen Forza-Anpressdruck. Naja, ob ich so viel profitiere, weiß ich nicht. Ich hatte 45.000 gezogen. Und habe mir dann den TTRS geholt mit Schirmdriftfahrwerk und hinten so viel Sturz wie bei einem richtigen Tuning vorne. Echt? Ist das so viel Sturz? 1,5 oder so. Ja gut, es geht ja noch. Also, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. So einen richtigen Axtbruch hinten und so weiter. Ja, dann Filmexperte. 35.000 gezogen. Okay. Okay, gut. Der Rest war abgehackt. Statement abgeschlossen. Statement abgeschlossen. 35.000 gezogen. Fertig. Mehr muss ich nicht sagen. Das heißt, es ist Panorama Glastach. Ja, geil. Ja. Dann mal weiter. Typix. Ja, ich habe einmal 100.000 gezogen, dann ein Ford SVT Cobra R und 130.000. machte mir das so mit 244.000. Und habe dann den ganzen Auktionshaus geguckt, habe nichts Gescheites gefunden und habe mich dann für die ZR1 von 2019 entschieden, weil ich bei Tuner Andi tatsächlich gesehen habe. habe ich gedacht, das kann nicht so verkehrt sein. Das kann nicht so verkehrt sein. Der Design vor allem hat er auch. Das ist auch noch mein Tuning. Ja. Das ist noch dein Tuning und dein Design. Das ist mein Auto. Ja, dann wird dein Auto gekauft. Ja, dann wird dein Auto gekauft. Du Stück Scheiße, gib mir her. Deswegen würde ich nie ein Auto während einer Wheelspin Auktionshausfolge verkaufen. Ja, dann haben wir noch Planlos. Also ich hatte 95.000 zur Verfügung und habe mir diesen Cora 1XX gekauft. Bestimmt bloß wegen diesen tollen Felgen hier. Ja, das ist schon geil mit so Lila. Ja, und dann haben wir noch den Cheater, den Stimpler. Naja, ich habe 120.000 gezogen und habe mich verkauft. Dezent, ja. Ich würde sagen, wir haben ja vorher gesagt, was passiert, wenn man keinen Wagen findet. Ich würde sagen, das ist ein Regelbruch. Der Wagen gehört ja nicht rein. Ja, das stimmt. Da ist ja klar, was er jetzt fahren muss. Ja, das ist doch nicht gleich klar. Da müssen wir auch nicht sagen, was er fahren muss. Ich glaube, das zeigt uns jetzt einfach, was er fahren muss. Also für die Zuschauer, wir haben uns im Vorfeld geeinigt, wenn man nichts findet in der Zeit oder halt sich verkauft, dann ist Pflicht, was man fahren muss. Ich sehe es schon kommen, aber jetzt lachen wir drüber und ich bin nachher der Arsch, weil Stifler bei mir im Team fährt. Heute fahren wir ohne Teams. Nein. Wobei, die Stock habe ich jetzt nicht. Die müsste ich... Ja, dann kauf ich sie dir eben. Dann kauf sie dir eben. Ich bin schnell dabei. Also ihr hört schon, es ist eine Dame. So, derzeit kann ich ja schon mal auslosen, was wir denn als erstes fahren dürfen. Ein Trackless. Und zwar wunderbar, wie das anfängt. Also es ist auf jeden Fall schon mal nicht im Winter. Ähm... Oh... Wir gehen einfach... Ach, ich suche einfach das nächste von hier. Ähm... Wir gehen mal hier hin. Da freue ich mich jetzt riesig drüber. Oh, fuck off. Oh, je. Oh, wow. Hey, Shimo, du hast Tagantrieb, viel Spaß. Jaja. Ah, ich habe auch Vortreifen drauf im Roll. Vortreifen! Yay! Vortreifen! Und... Schuft! Bleibt dann eher im oberen Abteil. Nur im Schloss. Wart mal, ich muss gerade überlegen, gibt's bei dem Modus Hin- und Rückrund... Ich glaube schon, weil dann will ich's nicht so lang machen, sonst zieht sich das nur extrem. Ähm... Moment. Naja, ich packe auf der Vordachse 10 Sturz beim Einlenken mit 10 Grad. Ich schaffe fast 11. Alle ready? Weiß ich nicht. Braucht es Tüffler noch? Ich habe es so schon. Alles klar. Superschön. Wenn man wieder stellt. Eigentlich, Zuschauer wissen auch, was für einen Humor wir haben. Deswegen, die wissen eigentlich eh schon, was jetzt das Strafverzug ist, aber wir werden es sowieso gleich sehen. Er hat einen mega Vorteil. Er wird keinen Sprung schaffen. Er wird immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ich sag mal so, das ist wie ein Parcours-Läufer. Die rollt sich halt gut ab. Und bleibt immer auf dem Boden der Tatsachen. Ja, so ungefähr, ja. Oh, ich los schon mal das nächste aus. Ne, ich los nicht aus, sonst kriege ich noch schlechte Laune. Oh, man. Ja, gut, dass das Offroad-Fahrwerk drin ist. Ey, Offroad-Head, ich bin schon aber auch keine Probleme. Jetzt kommst du doch mal die korrekte Team-Aufteilung. Ich bin jetzt halt vor allem auch auf die Teams genau gespannt, wie die jetzt aussieht. Stifler und der Audi zusammen. Wer hat die Arschkarte gezogen? Ich. Jawoll. Oh, Offroad-Header. Ich nutschkugel. Ja, jetzt wurde es gesagt, ohne dass man es sieht, aber okay. Aber es war gar nicht, glaube ich eh klar. Bei mir hat man es gesehen, ich habe Spaß. Alter, mein Forces-Bitter hängt im Boden. Ach, dann geht das nicht. Das wird definitiv fair. Nur dein Forces-Bitter. Ja, die Teams sind auf jeden Fall fair. Die zwei höchsten Autos gegen die zwei schlechtesten. Sind wieder on point, auf jeden Fall. Naja, aber wenigstens habe ich mit Offroad kein Problem. Ne, nicht nur damit hast du dich. Ich bleibe einfach da, wo Asphalt ist. Ich meine, es ist nicht viel auf dem Gebiet, aber hey, immerhin gibt es Asphalt. Ich habe gerade ausfahren. Ich habe schon mal aufgetreifen. Du bist hart gefedert. Ich will da hoch. Nein. Yes. Andi. Sehr schön auf dem Damm. Nein, guck mal, es gibt Gas. Oh, das ist die Sitter. Was? Wow, Andi. Nein. Ach, Mensch. Sehr gut. Einer trifft Fahrwerk. Das war... Au, hart. Das war für mich. Timo, komm her. Das ist ein Andi. Ich hätte doch den Wolfo nehmen sollen. Ja, bei dem, bei der Geschichte vielleicht schon. Niemals. Oh nein. So, von du. Lieg. Okay, da fliegt mal jemand. Oh, okay. Das war knapp. Wir sagen die. Wir sagen die. Die gehen aber für ein Driftfahrwerk echt gut mit Allrad. Du es nicht, Andi. Au. Komm her, super gut. Oh, fuck, du bist jetzt. Nein, fuck. Du hast nicht steckt. Das ist schön, wie im Sand einfach alle vier Räder durchdrehen. Fuck. Ja. Nein. Da schnappt der Quad. Wozu? Ja. Ja. Komm. Komm ran. Ja, warte. Gib Gas. Ja, komm, komm. Und gib Gas. Weg, weg, weg. Weg, weg. Diese scheiß Holzdinger, die bremsen so krass aus. Erteilen. Alter, durch. Erteilen. Felix, werde verzeihend. Ja. Wow. Was? Wenn man dran ist, dann Bescheid geben. Ähm. Haben sie alles identifiziert. Absoluter Kontrollverlust. Demo. Ja, das ist Real-Spin. Nein, ich bin doch so flach. Easy. Easy. Du warst gefahren. Easy drift. Au. Ja, drei. Lass mal mein Auto wieder einfangen. Lenk. Ich muss sagen, der Mustang geht gut hier, Offroad. Ich meine, Viper ehrlich gesagt ja auch. Mit den Offshore-Dreifen. Achtung, da ist eine. Uliin. Die Corvette geht semi-optimal. Komm. Komm, der Experte, komm. Ja, ja, mit Gas, mit Gas, mit Gas, mit Gas, mit Gas. Fahr. Wir sind alle wieder geheilt. Weg. Wer braucht schon den neuen Mustang Mach-E, wenn man den Mustang normal nehmen kann für Offroad? Nein! Dinging! Sag da. Sie gar keinen kriegen! Lächerlich! Was ich hier nicht... Flick! Das ist ein Großmeißel. Gute Hunde. Also ich muss das sagen... Die Teams waren jetzt nicht ganz so ausbalanciert. Passte doch. Ja, ja, die waren super ausbalanciert. Aber wir müssen auf jeden Fall gleich danach noch ein Track Race machen. Das haben wir voll vergessen. Ich habe es sogar gesagt. Echt? Okay, habe ich noch nie gehört. Aber er war so begeistert für Überleben. Ja, ich hatte richtig Bock drauf. Nicht. Ich muss ja sagen, der Lotus GT1 fährt besser auf den Sand als auf der Straße. Können wir dann das Track Race hier direkt in den Kauf machen? Das finde ich jetzt komisch. Wir spielen hier Minispiele und das Team, was gerade auf den Sack bekommen hat, ist noch gar keiner gelieft. Normalerweise lief direkt immer ein. Irgendwas war los. Die Demütigung war noch nicht so krass. Nein. Alles gut. Das ist so richtig Not gegen Elend, so wie die Fahrzeuge hier unterwegs sind. Die Setter ist raus. Mach einen Abgang, Nico. Ich krieg dich. Mit einem Driftfahrwerk. Aber warte mal, ich habe ja selbst einen. Du hast auch eins. Fuck. Langsamer Auto. Oh, ich komme nicht nach rechts. Ich habe schon gar ein Gericht. Nein. Kein Problem, gelöst. War aber richtig. Ich drücke hier die ganze Zeit nur auf 50% oder so, weil sonst dreht alles durch. Ach nein, du hast die Setter, warum rette ich dich? Ach man. Ich knutschkugel. Ach man. Jawohl. Ich war noch geghostet. Ach nö. Hier, 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 komm, komm. Ja, weg, 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 weg. Bei ihm. Ach nein. Ach nö. Ach nö. Warum müssen immer alles so rum. Klipper, fahr. Fahr doch schon. Fahr schneller. Fahr doch schon. Sorry, ich habe gedacht, er fährt weiter links. Huch. Oh Gott. So unkontrolliert, was hier passiert. Ich habe nur noch ein Kölschicht drin. Oh, es sieht so witzig aus, wie wir weiter herfahren. Na, bist du die Hilfe? Jetzt aber. Nein. Oh man. Warum rette ich die Setter? Jetzt. Möchtest du da nicht rummenschen. Ja vor allem, dass du die halt so rettest, dass dich halt komplett in Notsituation bringt, ist halt äh. Schwierig. Die Setter ist halt ein erhaltenswerter Wagen. Ja, Wertgegenstand, äh, Wertanlage ist so rum. Deswegen muss man da rein investieren. Leben. Wheelspin. Ja genau, jetzt kriegst du 100.000. Und jetzt das ultimative Dreadway für die Setter. Ich schiebe die Setter. Nee, komm, wenn man es zieht, passt schon. Das passt schon. Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich habe mich schon weggeportet, deswegen. Ja, ich hätte auch vordreifend. Ich hätte nichts dagegen. Oh, ich müsste eigentlich hier noch an. Ja. Äh, sobald alle ready sind, dann könnt ihr sagen, ihr seid alle ready. Das sind ja nicht alle in der Kolonne. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, dann nutze ich doch die Zeit mal und wirf mal den Zufall an. Okay. Okay. Rico, wir spielen keinen Setterball. Doch, Setterball. Also ich... Oh, der Summoning. Wir führen in den nächsten Ausgaben, ne. Das Ball wieder, Setterball vielleicht. Komm, sind ja neue Top Speed. Sind alle drin. Okay. Oh, shit. Ja, gut, aber Arnie hat noch nicht synchronisiert. Das wird jetzt lustig. Nech, wa. Nein, fünfter Gang. Nein, vierter Gang. Ey, sie fährt zu 120. Ja, ja. Jetzt wieder nur 90. Du bist echt... Wollen wir Wetten abschließen, wie lange ich brauche? Nieet. Oh, lecker. Das Ziel ist es, dass du es nicht ins Ziel schaffst. So schnell müssen wir jetzt sein. Ja. Beim Autobahn-Trackrace könnte man das sogar schaffen, vielleicht. Ja, wir haben festgestellt, dieser Tag fliegt er auch. Da kommt sie angefangen. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder eure richtig fix. Oh, der TTS hat sich schon gerade einen... Ich glaube, ich habe diesmal gute Karten. Das Skript denkt anders. Was? Das Skript denkt anders. Ja, du schreibst ja du, nicht ich. Also, nehm her, mal gucken. Ob ich am Ende wieder im Verlierer-Team bin, wobei im Trackrace ist ja jeder jetzt erstmal für sich gestellt. Also, ich wette auf die Seite auf dem letzten Platz. Da gehe ich mit. Ja. Und wie performt das Ding auf dem Track? Gar nicht. Sehr gut. Ja, und alle, die Drift vorbei kamen, einfach nicht lenken. Am besten schon mal. Oh, ihr seid jetzt gerade sogar vor mir. Ha! Was? Ja, natürlich schön, wenn er dann irgendwo in die Malachei fährt und ich doch ins Ziel kommt. Hier kommst du bestimmt ins Ziel. Ist nicht lang. Warum liegt denn so ein Teil von meiner Fresse? Ich muss irgendwie nicht mit dir ziehen. Ich muss so quasi diesen Schlaglöchern ausweichen. Na los, Stifler, gib Gas. Nein, mein Pechzig. Ey, easy peasy. Ich häng bei 2,90 im Begrenzer. Was? Ja gut, ein Drifter braucht ja nicht so wie Top Speed eigentlich. Ich hab noch 20 Sekunden, das schaffe ich, glaube ich, oder? 10 Sekunden. Ich glaub, beim Strand hättest du es nicht geschafft, oder? Nein, Autobahn auch nicht. Ne, Autobahn auf keinen Fall. Wird eng. Oh. Wird auch, das schafft es. Wird auch, das schafft es. Jetzt guck mal, wie schnell die Prozente jetzt rennen. Da ist ja richtig Speed jetzt drauf. Ja, ja. Reicht du? Oh. Das klingt so gut. So ein Verhältnis zu den Erstplatzierten. Der ist ja fast... So, damit wir den Isetta, finde ich jetzt in der nächsten Veranstaltung, auch eine Chance geben. Meinst du, dass sie ins Ziel kommt? Ich darf schon mal eine Art, wenn wir vorher losfahren. Ne, ne, ne. In bezogen auf was für eine Veranstaltung ich jetzt wähle. Also der Zufall hat erstmal Frühling und Rundkurs ausgesucht. Und ich denke mal, Isetta, so klein, kurzer Radstand und so weiter, da wäre doch ein kleiner, enger Handlingkurs nicht schlecht. Und die bremst gut. Und die bremst, ja, oder wird gut gebremst. Mal schauen. Und deswegen nehmen wir vielleicht entweder... Also, entweder jetzt Rundkurs in Ampelside oder das Festival. Ich glaube, das Festival ist enger. Das ist schlimmer. Festival ist besser, ja, ja. Ampels ist ekliger. Vor allem alle mit ihren Powerfahrzeugen, wo eh nur gerade ausschießen, das wird ein Fest. Ein Geduldsspiel des ersten Ganges. Wir können ja mit Collision fahren. Jetzt können wir das Riftfahrwerk mal nutzen. Ja. Wir können ja mit Collision fahren, dann können wir die Isetta anschieben. Nein. Äh, so, jetzt muss ich gerade kurz gucken, das ist hier, genau. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So, äh, aktuell führt natürlich, Track Race zählt ja nicht dazu, da wird ja auch nicht im Team gefahren, führt das rote Team gerade mit 1 zu 0. Diffler, spring! Erst noch mal so als Hinweis. Sind alle bereit. Ja, stecken wir vor euch. Äh, äh, nee, hier, ich hoffe. So, das können wir ja mal lassen. Kollision aber aus und Teams rein. Sowieso die wichtige Frage ist ja, wann kommt der obligatorische Teamwechsel? Nie! Wow! Das kann jederzeit passieren, tatsächlich. So, backflip! Ach da! Was the flog- Oh! Flieg! Ha! Flieg! Oh, hinter mir ist ein Audi aufgeschlagen. Fahrt so schön die EZer. Die Spannung ist jetzt eigentlich nicht aufs Rennen, sondern eigentlich in welchem Team... Auf die Team-Auswahl. Wer hat die EZer überrundet? Dann hast du die EZer um eine Runde... verkürzt. Ihr Light um eine Runde reduziert, so vielleicht. Aber hey, ich mein... Jeder sein eigener... Ja, ich hab's selber verkackt. Oh, guf. Teams sind auf jeden Fall fair. Man muss aber ehrlicherweise sagen, ich war mir auch nicht ganz hundertprozentig sicher, ob der BAC Mono ein Extreme Track Toy oder ein Track Toy ist. Ich hab's nämlich auch nicht, deswegen hab ich ihn nicht gekauft. Ich dachte halt, wir haben die Kleinkisten generell verboten. Ne, ne, ich hab extra vor der Aufnahme nochmal gesagt, Track Toys sind halt auch, beziehungsweise ich hab gesagt, ich guck nochmal rein. Und dann hab ich halt gesagt, so, ja, Elise ist ein bisschen kritisch, aber wir lassen sie mal zu. Das startet vorne, jawohl. Ähm, und aber sonst lassen wir alle Track Toys mal da, weil, ne, wenn die halt mega krass getunt werden, sind auch diese kleinen Kisten jetzt nicht unbedingt so geil zu fahren. Nur die Extreme halt eben nicht. Die sind dann losgelassen. Oh! Oh Gott. Fahr! Ich muss die Handreise aber noch ziehen. Weiser Drifferwerk. Ja. Ich lass mehr rollen. Gib einmal Gas, und wieder loslassen. Hm. Mergt die... Die Burquadro... Unterm Arsch... Oh fuck, kam der. Also, eine Sache ist das Getriebe für die Strecke. Oh. Ja, ich brauch sogar tatsächlich nen dritten Gang. Ne, nen vierten sogar. Ganz kurz. Ich bin im fünften. Nice. Das Getriebe ist mega kurz, ich weiß auch nicht warum. Für Valleyfeeling. Wir rollen. Alter. Hi Nico, wie geht's dir? Hi. Ja, ich kann keine Kurven fahren. Ich auch nicht. Damit die Isetta auch auf drei kommt. Hm. Okay. Da ist ein Action. Entgegenwettend. So gut der Mustang ja in Off-Volk gehen, auf der Straße geht halt gar nichts. Ganz neu. Hallo. So geil wie man das auch noch so hört. Brrrrrr. Der kleine, kleine Rollermotor von der Isetta. Ach so, ist ja ohne Kollision. Ach schade. Ja. Hi Isetta. Die Isetta nicht kaputt hauen. Ja, die hätte ich euch in den Weg gestellt. Ach, das glaube ich. Das Fahrzeug wäre ich wahrscheinlich auch wirklich noch dran hängen geblieben. Ah, mies. Jetzt ist ich mehr schneller als ich. Weißt du, das Schlimme ist, ich bin, wenn ich die Kurven drifte, genauso schnell oder sogar schneller. Versteckte Werbung. Wahrscheinlich hat Andi sogar selber komplett ins Auktionshaus gespielt. Ne, habe ich nicht, deswegen war ich nicht so irritiert. Weißt du noch, wer der für Code war? Pass ich auch nicht später, Timo. Habe ich nicht drauf geachtet. An ihm. Äh, was macht der Lotus eigentlich? Das Tuning habe ich doch gesagt, das fährt in der Kurve geradeaus. Okay. Wurde die Lenkachse ausgebaut, oder was? Quasi. Äh, was machst du jetzt schon wieder hier? Zum Zweimal schon. Geil wäre ja auch, wenn einer mal ein Tuning habe ich mit 0% Bremsdruck. Oh ja, ey, so richtiges Troll-Tuning, ey. Ja, aber das ist so wie ich in Horizon 3, der Flug-Aventador. Ey, das... Das Ding war unfahrbar, aber fliegen konnte er. Wie nur eins. Eigentlich gehst du da. Izzetta! Hey, ich bin schon in Runde 3, Jungs. Boah, krasser Scheiße. Ja, sei ja. Seid auch mal in Runde 3 kommt. Wow, ich hole zwei Drittel der Punkte. Super. War knapp. Wer jetzt nicht schaffen kann. Ja, war wirklich knapp. Potential war da. Und Zucker. Ja, nächstes Mal wird die Izzetta einfach... Podium ist drin, würde ich sagen. Dann können wir das auch mal gewinnen. Nach Herbst, Frühling kommt natürlich jetzt... Winter. Sommer. Porsche. Korrekt. Porsche. Alles gleich stimmt. Ja, Zufallsgenerator gesponsert bei Porsche. Es ist halt... Jetzt ziehe ich 130.000, man kennt das. Ich habe auch 170.000 Grad gezogen. So, so. Meine ersten zwei Spins waren auch so. Beim ersten Mal gerollt von 175.000 auf 7.000. Und der zweite auch irgendwie von 110.000 dann auf 10.000 oder so. Jetzt fehlt nur noch die Einblendung Dauerwerbesendung für Porsche. Jetzt. Porsche. Und jetzt noch ein Tdf gezogen. Aha. Äh, aber ich muss gucken. Okay. Dann machen wir das hier. Heute wird gesponsert von... Der heutige Zufallsgenerator wird gesponsert von Zufallszahlen. Oh, weg ist sie. Ah, da ist sie wieder. Und weg. Nee, da. Fahr mal... Nein, ich will dich anschieben. Nee, danke. So, wenn jetzt Team Rot gewinnt, was... Wovon man jetzt ausgehen kann, wenn sich die Teams nicht ändern. Dann gewinnen sie die heutige Ausgabe. Aber... Jetzt müssen wir das mal gucken. Ein. So. Moment, ich muss die Teams in der Engine noch drehen. Ja. Äh, sind schon alle da und synchronisiert? Ja. Perfekt. Ja. 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 Oh, scheiße. Ja. Nein. Ja, schön. Yeah. Andi kann die Corvette das zumindest. Äh, du hast acht Gänge, nutze sie. Nutz das untertourige Fahren auf Eis. Ich habe Offroad-Reifen. Vielleicht habe ich jetzt gleich Spikes. Ja, normalerweise hast du Offroad-Wert automatisch Winterreifen. Ich habe keinen Offroad, ich habe gleich Spaß. Nico. Hast du es dann bald? Ja, ich habe auf jeden Fall eine gute Strategie. So wie beim Strand. Einfach nur 50% das Pedal durchdrücken. Ist fast so gut wie eine Traktionskontrolle. Ich habe gehofft, ich kriege dich unter die Map. Wobei, ich will mich echt nicht beschweren. Also... Wird es schlimmer kommen können. Wollte gerade sagen, jetzt hast du mal Glück in Wheels Spin. Beschwerst dich auch wieder? Nö, ich beschwer mich nicht. Würdest du Isetta fahren? Tja, ich habe nur gesagt, wie ich das Ganze taktisch angehe hier. Er ist doch nur überfordert mit der Situation. Mann, Andi, der wechselt einfach ins Siegerteam. Da ist wieder Andi der Skriptmeister hier wieder. Ich habe gesagt, ich musste die Teams noch eben umstellen. Naja, ich merke schon nicht. Ist ein bisschen kalt hier in dem offenen Fahrzeug, muss ich sagen. Wobei ich tatsächlich den Quattro fast mehr im Vorteil sehe, als die Corvette. Also die von Timo. Andi hat sich ins andere Team gemogelt. Welchen Nachkommen jetzt? Alles Alarm. Ich glaube, der Anfang wird gar nicht so schwer. Mal gucken, ob die Rallye-Ikone jetzt auch mal was zieht. Also ich sage, wenn ich an der Hälfte bin, seid ihr im Ziel. Ich bin mal gespannt, wer jetzt richtig gerade ausfährt. Das ist optimistisch. Wenn du den Berg hochkommst, bin ich glaube ich vorne starten. Ich bin mal gespannt, wer die Kurve kriegt jetzt. Die Erste. Und dann ist er schnell vor mir online. Fünfter Gang, Wheelspin. Geil. Oh, sechster hebt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sagt er und zieht vorbei. Ja, ich hab Noah festgestellt. Ach du Scheiße. Das ist Winter, ey. Ah, ah, ah. Entraten. Winter ist manchmal rutschig. So schlecht fährt das gar nicht im Winterfairy. Vielleicht stelle ich gerade fest, ey. Das ist ein Winteraufbau ohne Winterreifen, ey. Das ist zu viel Asphalt hier. Bis jetzt sind wir auch noch auf Gräubelstraßen unterwegs. Wie? Timo. Wie? Weil es noch was falsch ist. Weil es noch was falsch ist. Alle, alle Gänge nutzen, oder wie war das? Oh. So, Andi, ich sag schon mal tschüss, äh. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt der Spaß. Achter Gang und gib ihm. Die Spoilern kann das dauernd die Isette. Die ist noch gar nicht so weit. Lenden auch mal hier die, ups, die Telemedizin. Rosensblaue Team, hallo. Oh Gott. Oh Gott. Aufschraudreifen vor der Wind. Niko. Ah. Kripp. Oh je, ich suss. Ah. Oh meine. Gebietes Mustang. Fliegt. Er ist schneller. Brems. Ja, jetzt hab ich ja alle die Kurven verkackt. Guck, jetzt hab ich ja alle die Kurven verkackt. Wie hat das passiert, wenn man schneller ist? 120 Quachimo. Ich fahr 180, okay? Halt die gerade da alle einfach nur die Kurven? Er fahrt ja immer noch schneller als ich. Bei definitiv zu wenig Schotter drin. Hallo, ich hab über 1000 PS. Ja, das ist ja allgemeins Problem bei diesen Schotterpisten-Geschichten, dass die mehr Asphalt sind als... Ich bin der Begrenzer. Egal, Team Rot gewinnt. Andi hast du gut gemacht. Ja, ich bin aufkommen! Oh fuck! Team Blau sind alle hin. Oh ey, was könnt ihr eigentlich? Ich hab' ich. Ach Mensch. Hat mich gar nicht so schlecht geschlagen, okay? Wow, Team 4. 4, 8, 9, 10, 11, 12. Komm, Bissette, der gibt alles! Ein kleiner Spielheitsfeder drin. Definitiv, wie viel? Definitiv, wie viel Prozent hast du? Wie war das mit? 50 Prozent schaffe ich nicht? Seh ich nicht. 1,50. Ja, ja, würde ich auch sagen. So, zwar steht der Sieger fest Aber wir machen natürlich trotzdem noch ein paar Veranstaltungen Aber weil es Spaß ist Und ich würde sagen, ich glaube, unser Isetta-Mensch hat genug gelitten Er darf jetzt halt ausnahmsweise mal auf sein Ultima wechseln Ich kann auch einen anderen nehmen Nö, nimm den Jetzt fährst du Piel Jetzt ist ja Aufsteigen Oh nein Voll aufgebaut, Isetta Der Piel hat dich Ja, nächste Veranstaltung Wird euch auch freuen Denn der Winter zieht wieder vorbei Jetzt ziehe ich einen Wildspin von Aber dafür querfällt ein Dafür Setzen wir uns vielleicht eine Krone auf Zwei Minispiele In der Wildspin-Ausgabe hatten wir, glaube ich, noch nicht Darf ich die Isetta fahren Im Güteband Könntest du verstecken Da gibt es Plätze, da würden nur die Isetta reinkommen Ich meine, wir können jetzt auch Wir können eigentlich Just for Fun Wir können auch alle auf eine Isetta switchen Ja Komm, lass es mal machen Lass alle mal auf eine Stock Isetta Muss man nur eben eine kaufen Ja, ich auch Kein Problem, ich muss auch mal gucken Ich glaube, ich habe nämlich meine goldene Isetta gar nicht mehr Doch, ich habe sie noch Aber ich habe sie getuned, glaube ich Die ist leicht getuned im Moment Oder ist es 239 Stock Ne, ne, ne Die ist die 100 Okay, dann Meine Meine goldene Isetta Die ich mal in einer nie veröffentlichten Golddigger-Edition Mir aufgebaut habe Ja, die Im Übrigen, die wurde nicht veröffentlicht Nicht, weil ich die Isetta hatte Ich habe da richtig Bock drauf gehabt Das Problem war Dass die Server nicht gegen Wir konnten keine Veranstaltung machen War sehr schade Ich weiß jetzt schon, welches Out and Thumbnail ist Ja Die Goldene sind da Ja Vielleicht, wir werden mal schauen Das würde ja alles spoilern schon Das würde spoilern Ich mache eine Pinke Ich sage Fahre wir die in Stock oder fahren wir die in Stock? Wir fahren in Stock 100 Stock D100 Stock, bitte Auch keinen Reifentruck ändern Wäre sogar zu teuer gewesen Nee, gar nichts Ich glaube, wie sie ist Ich habe sie lackiert Ja, gut, lackiert habe ich sie auch Ich habe auch eine halbgoldene Komm, du bist mal driften Du ziehst mich ja ab Das gibt es ja nicht Wie viel fährst du? Pikachu, Donner Blitz Nein Da ist Pikachu Oh Gott Können wir doch alle Schaden anmachen? Filmexperte, die rennenleiten sie nicht Also ganz ehrlich Noch weniger PS brauchen wir nicht Sind alle ready? Bzw. wer ist noch nicht ready? Filmexperte Nee, Moment Filmexperte steht in der verweißen Reifen Kann ich nicht Also diese Cheetah immer Ist der Wahnsinn Alle läuft sogar 89 Von der Blitz Einiges Boxautofahren Nein Ey, weil sie haben Sidepipes, ne? Ich hole dich Ich hole dich Oh! Gebt mir mal bitte Feedback Rufgolmolig Schwabin Sind alle da, ja Pikachu Die Frage ist ja noch, ob alle ready sind Also Eine, eine halbe ist Ready Drag Race Halbe? Also, dann bist du jetzt fertig Ja Hast dich vielleicht jetzt schon eingefahren Da müssen wir aufpassen Ich mein, Design ist das toll Ich hab Vollcarbo im Grunde genommen Aber immerhin werden die Teams jetzt ausgeglichen sein Von den Fahrzeugen her Ich mein, ich fände es jetzt schön Wenn ich ein X-Auto fahren darf Und hier nicht Ja, das werden wir gleich sehen Wer tritt nicht bei Oh Gott, ich komm nicht mehr Ah, sehr cool Der Filmexperte wird gerade noch gucken Wo er Cheapen kann Das ist ein Frame-Design Nein Das hast du nicht Soll mich bergten zur Hälfte in den Boden rein Ah, ich hab'n die ganz schön Oh, ich hab' da passt unten durch Komm, bei euch los Ich pack' das Komm, Nico, schieb' mich Passt Durch da Warte, ich komm' auch noch von hinten Aber so ausgeglichen wie diese Ähm, diese Runde jetzt War noch nie ne Wheelspin Ausgabe Das stimmt Balancing hat zugeschlagen, würde ich sagen W.O.P Uh, da kannst du dich die Stunts ziehen mit dem Ding Sieh ab Alter, wenn du ausgebremst wirst gleich Fährst du rückwärts Im Gas Das ist sogar nie mehr Wenn du ausgebremst wirst, dann wirst du wirklich ausgebremst Da fährst du rückwärts Du fährst in der Zeit zurück so stark Wirst du ausgebremst Oh, lol Ich hab' sogar'n Pikachu-Schwanz hinten Äh Oder was? Äh Äh Pikachu Okay Und damit ist diese Folge nicht mehr werbefreundlich Oh Gott Äh, ist das denn doch? Ist das denn überhaupt du ich? Ich schaff' So viel zur ausgeglichenen Runde, ja? Vollgas Oh, da ist Wasser Nein Ich denke, wenn du im Wasser bist, dann kommst du nicht voran Ich glaube, der ist tot Ich hab' ein neuer gekauft Was ist denn für'n Quatsch? Oh, du Scheiße Ich hab' nicht gesehen, wie er da wegfliegt Ich hab' grad so 70 kmh erreicht, schon geht der Timer an Nee Ja, kann ich beschädigen Ja, komm her Komm her Voll unfair, wir haben ein wenig Komm her, Arnie Muss runterschalten Ja, tut mir leid Ich hab' den Kauf nicht fertig gemacht, anscheinend War zu teuer Nein Nein, was tust du? Gas Gas, Gas, Gas Geh' mal weg Komm, Kusch den Stifler mal da runter Ray, ich werd' ausgebremst Pikachu wird ausgebremst Hilf mir Ist doch egal Müssen der jetzt da oben Geh' weg für mich, Spärte Aua Er hat hier richtig Das ist ja jetzt total dumm gewesen Nein, ich komm nicht weg Dass aufm stehenden mir das gibst Oh Mann, Mannu Halt dich i hier I werd' ausgebremst Komm her Dingsdunk da, komm her Ja, 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 ja Mitwippen, mitwippen, mitwippen Ho, ho Komm, Berg nicht hoch Ich komm den Berg nicht hoch Timo, wie seht ihr mir vorbei? Alles gelohnt Jawoll, Vollgas Nicht, ich dachte wirklich, Andy geht vom Gas Aber der kann wirklich nicht schneller Trick 17 Alter, diese Wendigkeit. Das sieht so geil aus. Wow, und wieder zurück. Nee, jetzt hat er Schwung. Nein! Du musst den Zaun nicht mitnehmen, der bremst aus. Boah, da ist ne Lücke, die nehm ich! Das ist doch... Sabotage. Das war erfolgreich. Oh Gott! Boah, Steinkurve! Nein! Komm zurück! Daytona! Warum ist Timo so schnell? Ja! Und mich mal für dich jemand! Nein, ich werd gleich ausgebremst! Das ist unfair! Oh, ich bleib hängen! Boah, der Baum hat richtig böse gebremst. Nein! Oh Gott! Nein! Ja! 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 Oh, was ein Drift! Nein! Oh, nö! Nee! Das ist so geil, ey! Das ist so richtig bescheuert, ey! Ich glaube, so langsam sind wir... Nein! So langsam sind wir warm für das große Isetta-Race, glaube ich. Ja, war's nicht. Irgendwann müssen wir's halt mal machen. Rausgetrickst! Ich glaub's hier nicht so! Ja, ich glaub's hier nicht so! Ja, irgendwie ist der erste und zweite Gang irgendwie nicht so perfekt geteiltes. Ganz schlechtes Tuning hier. Ja, genau! Die fährt da hoch! Die Isetta! Das schafft die! Das ist unfair, du bist durch den Sound durchgegoastet. Ja, ich weiß. Einfach auch... Hab ich auch mal einen Trick gerissen. Oh fuck, das ist so blöd. Meins! Ah, nö! Als Fan! Purzelbaum! Lass mich alle in Ruhe! Die Golde Isetta! Nein! So bescheuert! Geht Stopp Isetta los! Das ist jetzt schon das Highlight der Folge irgendwie! Hinter hier! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Ey, wo bist du? Neeein! Ja! Sehr gut zuvor! Komm da hoch! Erster Gang! Los! Jawoll! Ab ins Wasser! Vollgas! Nein! Hier sind so viele Isettas! Ja, elf Stück! Ah! Ja, richtig! Und sechs davon sind zehn blauen! Ich stehe! Zucka! 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 Ich geh unter! Ich glaub ich halt lieber nicht! Von unten fährt! Das Fahr da raus! Jetzt wird rausgebrennt! Danke! Boah! Das sind vier Schwingen! Nein! Geh weg! Ich bin geghostet! Warum? Nein! Ja! Ich bin nicht geghostet! Nein! 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 Was? Ich kann nicht schneller! Ich bin wieder geghostet! Ja! Doch, Mann! Das war doch doof, ey! Was ist so passiert? Ich kann dich aber beruhigen! Team Rot hat trotzdem gewonnen! Hier! Drei Minuten, nein! Aha! Ja, es tut mir auch leid! Ich wär gern dabei gewesen, aber ist vorgekommen! Oh! Da hast du was verpasst auf jeden Fall! Schau's nachher nach! Das ist so dämlich! Oh mein, ey! So! Ich würd sagen, wir bleiben mal alle bei der Isetta! Sturmgolf hat jetzt die Möglichkeit nochmal schnell! Ja! Bitte was? Sich eine richtige zu holen! So! Wir müssen ja noch nämlich eine Veranstaltung im Sommer machen! Und ähm... Ja! Uns erwartet... Drag! Uns erwartet das perfekte Rennen! Kollision! Koliath! Koliath! Oh ja! Oh ja! Das werden wir bestimmt jetzt nicht an mehr einschieben! Das ist eine eigene Folge! Kann ich mir jemand bitte einladen? Ja! All die Zuschauer, die das nicht kennen, in Horizon 3 haben wir das große Isetta-Rennen gemacht! Das war eine Runde Goal! Ja, das hat eine komplette Folge gefüllt! Aber es war glaube ich mit das spannendste Rennen, was wir jemals gefahren sind! Das ist tatsächlich richtig! Also wirklich! Es waren Emotionen aber... Vor allem das Bikini Bounce Team war sowieso das geilste! Ja! Das muss zurückkommen! Ja, das ist ein Wert auf jeden Fall! Ich fahr mir nicht hoch! Ja! Ich würde sagen, wir bleiben gerade hier und machen die Veranstaltung! Nein! Ja, fahr mal da hoch Ray! Hopp! Ich bohr mich dahin! Oh Gott! Ich kolle! Das große Finale! Ah! Ich bin schneller als du, Team Hoch-Rückwärts! Aber auf die Strecke in welcher Jahreszeit fahren wir? Äh, Sommer! Wir bleiben doch im Wasser stehen! Wir müssen ja auf 10 Minuten kommen! Nicht unbedingt! Ich glaube, der Sprung wird ein bisschen kritisch! Das ist jetzt wie Rallye Dakar! Ankommen ist äh... Die halbe Miete! Ankommen ist das Ziel! Da kommt doch! Ihr alle Isetta fahren, machen wir jetzt nicht richtig schön! BMW Cup-Bauer! Darf ich ein Offroad-Tuning für die Isetta machen? Nee, nee! Ich schaff das! Keine Sorge! Der ist schon weich genug gefedert! So! Soll ich leichter Regen machen, dass es besser flutscht? Ach, blöse! Ja! Viel Drifts! Aua! Viel Zetter Drifts! Boah, der Sound! Also! Das große Finale jetzt! Deswegen, das schneiden wir gerade! Jetzt ganz nach rechts! Endlich die Isetta! Da hast du dich geschnitten! Ja! So! Nein! Ey! Ich drifte! Jetzt nicht mehr! Titos, fahr mal mit der Isetta im zweiten Gang an! Du kannst mit der Isetta auch im sechsten Gang anfahren! Hatte ich nur 4? Gibt keinen sechsten! Ich glaub, die hat nur 4, oder? Ja, die hat zwar nur 4, aber wenn du die aufbaust, kannst du die sogar im sechsten anfahren! Oh! Oder mit der im sechsten anfahren! Alles möglich! So, jetzt zählt's aber! Und ich würde sagen, wir machen das ganz klassisch, wie so auf dem Pausenhof! Ja! Letzte Runde entscheidet! Bist du ja bei uns im Team? Moment! Äh, ich bin immer noch Team Rot, also ich bin rot geblieben! Nein! Und die ist wieder zu blau zurück! Ja! Entscheidende Rennen! Sieht eigentlich harmlos aus, die Strecke! Wieso höre ich denn mit dem Superspuntwagenmotor? Irgendwas passt dir nicht! Das Wasser! Es gibt ja zwei Sprünge, einmal vom Wasser runter, einmal in den Steinbruch rein! Ja, aber auch diese Bergaufpassage, die noch da drin ist, ich glaub, das wird genauso nicht funktionieren! Ja, ganz vorne! Wir rollen einfach runter! Ich glaub, hier kann man viel Vollgas geben! Ich glaub, da muss nicht einmal bremsen bei dem Rennen! Kletter! Kletter! Wieso muss ich den Zaun kaputt machen? Was soll das? Hier einfach geghostet! Ah! 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 Eher glücklich! Ah! Windschatten! Wetter! No! Es ist ganz wie schnell! Die Rallye Dakar, die perfekte Route wird hier entscheidend sein! Oh Gott! Parasauf gleich ab! Ja! Niko! Ja! In der zweiten Runde! Zieh! Ey! Ich bin voll im Futter! Das gibt's hier nicht! Dieser Windschatten, der ist übermächtig! Zieh, Zetter! Wippen! Komm! Das find ich mit cool! Oh jetzt geht's vorwärts! Alter jetzt aber! Oh 80! 90! Also ich hätte da jetzt kein Bock in real life mit 90 Sachen da durchs Verhältnis Begrenzer! War der Begrenzer ey! Jetzt geht's auch vorwärts! Oh nein! Ich glaub ich bin auch nie so auf Präzision gefahren! Ja! Ist auf der linken Reifen! Nein! Perfekt! Schubs mich runter! Ich hab irgendwie eins gerade! Oh nein! Will nicht! Flieg! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Jawoll! Nein! 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 gewusst wäre ich weiter rechts gesprungen nicht nur du aber immerhin wieder auf allen vier rädchen gelandet müssen aber aufpassen team blau ist nicht so weit hinten dran ja wir waren eigentlich eine gute führung aber dann hat sich ganz einfach mal richtig schön ich bin gethrasht da ist weg ausgeprägt ich habe ein passendet ich muss ich mich an die nicht schieben die muss ich bin raus dann du es der gangwechsel war doof oh wie das ding wippt die sind wieder auf die führenden auf ja das ist eigentlich voll das balancing so mit den mauern das ist das riecht der gummiband effekt der dadurch entsteht das ist wieder formuliert der fan wir haben den fanboost eingeschaltet komm Timo dreh dich ne ne sag mal planlos warum fährst du in die andere richtung oh jetzt wird lustig jetzt wird richtig lustig Wasser freie Stelle zu Wasser Problemlos Andi macht es richtig nicht ins Wasser zu fahren das funktioniert der wagen ist schmal genug scheiße links ist auch so ne große fuck hier ist übel viel Wasser sonst bin ich immer ah das funktioniert scheiße oh Gott ja das meinte ich nein wie das aussieht oh hier ist ein Stein oh nein look at Penny nein ich stehe wieder oben das ist doch doof Ray war die Bowlingkugel ane das ist ein faires Rennen oh hey jetzt aber wieder so ne einer macht den Fehler der andere macht auch einen bitte nimm's das jetzt jetzt kommt da ist du ich sehe Pikachu wo ist die kürzeste Linie ja ich wollte auch ganz sagen die kürzeste Linie hier wir saufen ab Captain ja so ist ne unfaire Geschichte du aber ich kann halt nix machen also als Goldjunge das geht bergauf guck mal wie das Ding hoppelt erster Gang an dir hast du im ersten geschalten ja das war schlecht ne was das sehe ich nicht im zweiten bin ich abgesoffen das kipp Phänomen kenne ich nur vom Bulldog ey ich hab nur zweimal gestalten ich hab nur zweimal gestalten ich hab nur die Strecken ganz neu kennen irgendwie ich hätte im ersten da hochfahren müssen das neue Format ist geboren wo war ist es zu erstrecken mit Isetta jedes Rennen ist so lang wie Golia feel the pain ey nein er hat bei mir die Wand nicht kaputt gemacht feel the peel feel the peel das könnte auch so ein Beauty-Slogan für irgendein Peeling sein feel the peel ey oh Leute ich spiel das Podium oh komm wir jetzt hier hoch ja ja du Großmeister durchs Tor Antifa gegen das Ziel bitte jetzt nur nicht die Kontrolle für die die Welt schnellsten pass auf jeden Fall heute der Offroadmaster der Offroadmaster nein überdreht ja Podium überdreht ja mit der Pfütze oh Gott ich hab nen Zaun die Aschen außen rum gefahren nein außen rum war die Weste Alter mach knappes Brennen ich hab grad nen Zaun um die Hauswunkel mein Ohluke Pennymove hat mich leider aus dem Rennen genommen aber mein Team hat gecarried Team Rot gewinnt wuuu ach Team Blau aha Andi es liegt nicht nur an den Fahrzeugen es liegt halt doch am Team so siehts aus dabei hat er doch den Großteil dabei ja das ist echt der beste Fahrer war halt vorne ich bin doch nicht letzter haha ich würde behaupten die Sprünge waren eher ein Zufallsprodukt ach Quatsch ja gut Leute das soll's gewinnen sein ich hoffe die heutige Ausgabe hat euch gefallen das war schon mal auf jeden Fall ein kleiner Vorgeschmack auf vielleicht das kommende große Isetta Rennen schauen wir einfach mal wann das dann doch mal irgendwann aufgenommen und ausgestrahlt wird ich bedanke mich auf jeden Fall checkt auch die anderen Sichten aus die in der Videobeschreibung verlinkt sind und dann sehen wir uns in einer der nächsten Multiplayer Ausgaben wieder machts gut bis dann tschaui tschüss 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 tschüss